Hallo und willkommen zum zwölften Türchen vom Minecraft Adventskalender 2020. Wir spielen heute Ice Melted. Ich bin gespannt, was es sein wird oder ich habe es sogar schon mal ausprobiert, weil es ein bisschen verbuggt ist, habe ich hier schon ein bisschen vorbereitet. Also Ice Melted, das ist so ein bisschen wie Licht aus, steht hier. Und wie das geht, das zeige ich einmal jetzt. Start, äh Start. Genau, hier ist es Ice Melted. Ich mache es erstmal easy und wir werden nicht teleportiert, deswegen gehe ich in Gemma 3 und gehen wir da wieder dahin. Hier ist es. Genau, hier starten wir das einmal. Und wir sollen alle Eisfelder wegbekommen. So geht es hier. Und jedes Eisfeld ist ein 3x3, also es sind 9 Blöcke. Und wir müssen die dann hier alle wegbekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das geht. Ähm, so irgendwie. Aber ich habe da schon echt lange rumprobiert und habe keine Ahnung, wie das geht. Hier wird es auch mehrere Cuts geben, bis ich das endlich mal gemacht habe, weil ich brauche da schon ewig, das hier rauszufinden, wie das gehen soll. Ja, und deswegen wird es dann irgendwann so sein, dass ich das fertig habe. Und, äh, ja, dann zeige ich einmal, dass ich das auch habe. Also, ich will jetzt nicht hier 50 Minuten aufnehmen oder 30 Minuten oder so, keine Ahnung. Und das ist dann langweilig. Deswegen wird es dann ein paar mehr Cuts geben. Und, ja, dann ist es. So, wir haben noch 6 Felder. Steht hier am rechts am Scoreboard. Und die müssen wir jetzt alle wegbekommen. Jetzt haben wir noch 4 Felder. Aber das ist irgendwie falsch gelaufen. Dann, so und so. Und jetzt müssen wir es eigentlich haben. Das noch, 4 Felder fehlen noch. Ich glaube, das geht jetzt. Okay, Victory, wir haben es geschafft. Ja, endlich. Das waren jetzt irgendwie 15 Minuten, die ich es rausgeschnitten habe oder so. Ähm, wird es dann später sein. Ist ein bisschen kurzes Video. Aber es kommt ja später um 15.30 Uhr noch ein Video. Ich habe ja schon mal gesagt, dass 2 Videos am 12. und am 24. kommen. Später um 3.30 Uhr, also um 15.30 Uhr mittags, kommt nochmal ein zweites Video von heute. Würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet. Dann würde ich sagen, bis später und ciao.